Achso... P. P. Achso... Normale Antworten! Oh man... Games mit P. 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 Games mit P. Was gibt's denn mit P? Ja wenn du das nicht weißt und einfach weiter... Achso... P. 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 Wie gefällst du? Alter, das Safe brüllt er gerade nach. Boah, ein Game mit P? Hier. 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 Hier fallen zwei Sachen nicht ein, Alter. Hier. 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 Wie. Hier. Hier. E independence ist es jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, ob es überhaupt einen Beruf Fuscher gibt. Fuscher, was? Fuscher. Postmitarbeiter. Ja. Hey, mal gucken, Pumeluff. Pumeluff ist ein Pokémon. Hey, was ist PES 2017? Provealufin-Sucker. Ja, ja, ja. Eats meets, das ist falsch geschrieben. Oh Gott, Paderborn. Aber darauf achten wir ja nicht. Ich hab Paderborn geschrieben, Alter. Lana gibt's. Paderborn, Junge. Postmitarbeiter, Ach, ja. Ja, Puscher gibt's nicht, aber durchstreichen. Bis mega. Ja, nee, ich streich durch, weil's nicht gibt's. Ist ja konsequent. Getro, Pep, Pabst, Paragon. Paragon, der Film? Also ich kenne nur Paragon. Ja, der Film. Das ist sogar ein Spiel. Ja. Das ist ein Spiel und kein Film. Gibt's auch ein Film von? Doch, ein Skriptenfilm. Hä, nein, das ist kein Film, das ist ein Studio. Äh, Studio? Ja, Paragon Films. Hab ich gerade nachgeguckt. Paragon Films? Es gibt Festival, Paragon Films. Pader... Ey, wieso nehmt ihr alle Paderborn? Nur weil ich weiß, dass... Ich hab Paderborn, Junge. Das gilt's nicht, also durchstreichen. Fick dich. Also, Paragon gibt's nicht? Nee. Das ist ein Filmstudio. Alter, lass mal mal Pfannkuchen hier in Teams-Bekul, Alter. Okay. Was? Soll ich hier schreiben oder schreibst du? Portugal, Palau. Palau. Palau, gibt's, das ist ein Land. Paraguay. Paderborn, Paderborn, Paderborn. Punica, Pizza. Natürlich. Cool, ja. Lassen wir jetzt Pummeluf durchgehen oder nicht? Wo denn? Bei Tieren oben. Ja, lass, lass durchgehen, lass durchgehen. Okay. Der Moris muss Fuscher erst mal durchstreichen. Dankeschön. Und auch sein Paragon. Ja, gut. Okay, jetzt mach mal Ergebnisse bestätigen. Und... Dextus! Bin's doch mal nett. Achso, nee, der Moris muss ja noch. Ja, Moris! Junge, 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 Junge. Mit U. Boah, T mit U, Alter. Oh! Wie geht's? Ja, wie geht's denn? Da wird um, oh! Essen mit U, Essen mit U. Ich hab keine Ahnung, wie das geschrieben wird, oder? Was denn? Ja, als ob ich das sage. Ich brauche noch zwei. Bis zum nächsten Mal. 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 Was? Unreife Tomate? Äh, gibt's das nicht, warte? Ja, doch, eigentlich schon. Ja gut, ich habe auch Pokémon durchgehen lassen. Ja gut, dann ja. Unreal Engine also, dein Ernst? Ja, meine Mutter steht gleich auf. Äh, bei dir bitte untermensch durchstreichen, das ist... Untermensch! Uhu, was ist ein Uhu? Das ist ein Uhu, als ob du jetzt kein Uhu kennst. Sag mal, was war das nochmal? Ah, Schatz, stimmt ja, das gibt's ja auch noch. Jo. Uhu ist ein Vogel. Also eine Art von Vogel. Eine Vogelart. Ja gut, dann lass nächstes. Ja, warte, ich bin noch gar nicht fertig hier. Äh, hm, hm, hm. Oh my God. Und jetzt Uruguay-Uruguang. Una. Statt Una, ist das dein Ernst? Hä, gibt's? Wirklich? Ja. Okay, höre ich zum ersten Mal Ulm, okay. Okay. Krass, du hast... Was ist denn Ugali? Er wurde in Ugali, das gibt's nicht. Das ist ne Wurst. Eher als ob. Ja. Der will mich ficken, alter. Der hat nachgegugelt. Der hat nachgegugelt, der hat nachgegugelt, alter. Der hat nachgegugelt, der hat nachgegugelt, alter. Der hat nachgegugelt. Der hat nachgegugelt. Der hat nachgegugelt, alter. Als ob, alter, das ist ein Rezept. Nein. Die Wurst ist voll lecker, alter. Als ob, okay, was ist, was liegt denn da drin? Elgali mit Kohl! Achso! Und das ist Schweiz, irgendwo. Haha! Ja gut, Ugali ist auf jeden Fall Ulm. Ja, Ulm stimmt auf jeden Fall. Ja, Ugali lassen wir durchgehen. Ergebnis ist so viel zu. Ähm, Goats! Du Sieger, Alter! Ach! Ähm! Hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Doch, hatten wir. Ja, genau, hätten wir. Ja. 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 genau hart natürlich Es steht noch eins. Ich bin rausgeflogen. Super. Kannst du noch reinjoinen? Finde ich ja gut. Ah, älter. Ja, egal. Guck mal jetzt. Erst mal hier. Mähnenspringer. Deck drauf, dann siehst du, dass es das gibt. Make my day. Never. Was? Es gibt den Kanal echt. Hey, make my day. Kennst du den nicht? Ne, 2,1 Millionen. Ja, kennst du den nicht? Ich kenne auch jeden. Ich muss nicht jeden kennen, oder? Den schon. Hey, make my day sind mehrere, ne? Das ist nicht nur einer. Ach, das habe ich, glaube ich, mal im Jahr. Dann kenne ich ihn. Ach, ey, je, oje. Noch mal bestätigen. Mal, okay. Ich guck erst mal nach, danke. So. Also, Marco, Markus, Marius, Monstersturm, Minecraft, Fluten, natürlich, Marokko, Mexikostadt, Mein Haar. Wirklich jetzt? Guck nach, jetzt wirklich. So, da kommen Wörter, die ich noch nicht kannte. Die ich noch nicht kannte. Und die nicht kannte. Als ob unterwegs bin. Alter. Hast du alten geschrieben? Mexiko. Mexikostadt hast du. Mexiko von mir, du. Gern geschehen. Marius Milch. Milch. Alter, bin ich dumm. So, weiter geht's. Ah, ha, ha, ha. Hier mit Haar. Fragen. Alles klar. Holunder, Alter. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Ja, dann hör ich. Beruf für Larry Clinton, halt. Oh Gott, man. Oh Gott, man. Vielen Dank. Wir haben auch für Pokémon gearbeitet. 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 Und jetzt wurde ich deshalb be-reported, weil du mit dem Level das gar nicht mehr kaufen kannst. Ja. Hans LP gibt's. Okay. Hongkong ist ne Stadt. Hongkong ist ne Stadt. Ja. Holland ist... Wird das Niederlande oder Holland ausgesprochen? Was? Holland ist... Holland ist ne Land. Steckt aber auch im Namen, ne? Hast du... Hast du... Hast du... Hast du das als Kind geguckt? Hast du das als Kind geguckt, dein Name, Montana? Ne, hab ich tatsächlich gekuckt, wo ich immer noch... C. Boah, Tier mit C. Junge, Junge, Junge! Junge, Junge, Junge! Junge, Junge! Guck mal raus, Alter! Alles voll Schnee! Es geht immer weiter! Oh, Mann! Boah, krass! Junge, Junge! Ah, ich wollte mir ein Video angucken! Oh! Da ist es! Unge reagiert auf YouTube Gacke! Best of! Oh! Ja... Wie vierte Runde seid ihr? Nein, wir gucken jetzt nicht woastetowo. Ne, ich will da mit Robin gleich gucken. Ja, ja, das kann doch dauern... So, ähm... robert sollte fertig alter das dauert noch jetzt schon mal ein leben nämlich wir würden sie das doch das weiß ich doch nicht man ihr müsst mein gott was aber Ja, ich stups mich auf jeden Fall gleich einfach an, wenn ihr fertig seid. Essen und Trinken mit C. X1 bei drei Sachen, Alter. Keine Ahnung. Fuck, Alter. Was? Das geht's wirklich? Alter, woher soll man denn bitte so einen Tiernamen wissen? Hey, Clasher, was ist Clasher? Clasher, Alter, kennst du nicht Clasher? Es gibt einen Mr. Clasher, du Schlaumeier. Was? Scheiße. Nein, Alter, es gibt so viel Clash und so. Ja, okay. Clasher. Nee, ihr geht schon durch. Nee, nee. Ja, wenn schon richtig, dann richtig. Hey, doch, es gibt Clasher KC. Geht's. Ja, aber da klicken wir her. Chirurgie. Wird das so geschrieben? Ja, Chirurgie, ja. Keine Ahnung, Alter. Ja, wird so geschrieben. Chirurgie, ja. Obst hab ich auch keins gefunden, Alter. Obst und Gemüse mit C? Könnte man ja theoretisch mal googlen. Obst mit C. Chirurgie. Jetzt kommt. Chirurgie. Chirurgie. Willst du mich verarschen? Was? Wo? Chirurgie. Okay, alles klar, okay. Ey, wo hab ich das geschrieben? Nein, gibt es. Ach so. Der Chirurgie. Ach so. es nun trinkt ein Kuhler Kippen in the Woods um ein oder den kenne ich doch China China Krimi Ciao das ist eine sächsische Stadt als ob du jetzt Essen und Trinken nichts mit Ziel gefunden hast doch das ist klar so und das war so ein Spinner so mit K ja das ist einfach K mit K K mit K so 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 mit K K so mit K so mit K so mit K so mit K Torquemort X es ist glaube ich sie sogar mal ein Angebot für 8 Euro und ich bin auch gut zu machen auch da war da natürlich Kartoffel Alta ich hab mich bei Essen so schwer getan Alter dein Ernst Kongo Ketten zum Beispiel was safe gegoogelt alter Kongo? Als ob man jetzt nicht Kongo kennt ja klar ich lass es so eine Stadt Kevin Alain Kevin Gaming ist Tank Simulator F krank 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 gut so weit alter Finne mit V boah V da fällt doch vieles ein wirklich? Alter keine Ahnung Land mit V, Stadt mit V, West Land mit V Stadtkennig Land mit V, 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 Stadtkennig Vielen Dank. Ich hab keine Ahnung, Mann. Dein Namen mit V. Dein Ernst? In der Runde könntest du echt punkten. Alter, Vanessa, zum Beispiel. Ich hab jetzt Varus hingeschrieben, das ist dann aus Game of Thrones. Oh, nee, Varus wieder geschrieben mit E, nicht mit U. Ha! Wer Game of Thrones kennt, der weiß jetzt, was da hinbekommen hätte müssen. Vogel. Alter, ein Tier. Vogel! Hä, weil mir lädt das noch. Achso. Ah. Hä? Vogeltviel, Alter. Vampire Knight. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es überhaupt Vogeltviel gibt, ey. Vogelt-safe gibt's das, ey, das ist doch... Vogeltviel. Es gibt Vogeltviel, nice. Vogeltviel. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Vogelfrucht. 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 Gib's. Cool. Ja, Varus. Ja, ist gut. Vogelandetta stimmt. Valyria, Alter, hab ich ja noch nie gehört. Hä, Valyria ist... Valyria? Warte, da kann ich... Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob's das bei Google gibt. Kannst du da noch suchen. Das ist, ähm... Das war der Arm zwischen Esses und Westeros. Ja. Wie ich das lache. Volantis... Volantis, Alter. Wer hat das so Geschichte in der Schule, man? Das ist... Das ist Game of Thrones, Digga. Game of Thrones, Digga. Game of Thrones, Digga. Tatsächlich hab ich das noch nicht geguckt. Weiße. Wenn... Wenn wirst du... In der fünften Staffel wird das mit Valyria. Ja, kein Thema. Ist... Vollmilch mit Valyria. Okay. Gut. Weiter geht's. Mit D. Mit D. Ja, Mann. Mit D. Mit D. Oh Gott, was gibt's auch noch für Tiere mit D. Ihnen... Ach... Ja... Hoffnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Land, natürlich. Was gibt's denn für ein Land für D? Nee. 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 Alter. Bitte nicht sein. Nee. Für den zwei Wochen. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gemüse ist. Boah. Boah. Ach, keine Ahnung. Oh. Keine Ahnung. Dax, Dattel, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich den richtig geschrieben habe. Dena, natürlich. Dena. Ja. Ist Datteln Obst oder ist das, oder ist, äh, Datteln sind Obst, ne? Datteln, Alter, Datteln, stimmt. Ja, Datteln ist Obst. Oh mein Gott, Benni, Alter, dafür sollte ich den Nacktklatscher geben bei Land mit D. Dänemark. Dänemark. Ich weiß nicht, ob ich Dänemark jetzt ein Land oder ein Stadtmacht. Ja, Dänemark ist ein Land. Oder? Ja, doch, Dänemark eigentlich schon. Ja, ist ein Land. Nee, ich wusste ja, dort Deutschland ist ja... Donau... Wir haben schon... Donuts! Oh, Gottes Willen! Dosen... Alter, Dosenobst, das... Aber okay. Mhm. Gerade noch so, vielleicht gesaved. Wobei wir das schon ziemlich umgehen, ne, weil... Ja, aber Dosenobst gibt's tatsächlich. Ja, ja, aber zu... Eigentlich sollte man ja auch... Haupttitel. Aber... Das ist ja... Dosenobst ist ja einer. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, keine Fehler hier, ne? Dachdecker haben wir beide natürlich. Gut, die vorletzte Runde. Bin mal echt gespannt, wer hier gewinnt. Nächste Runde... Äh... Eins... Hier mit O! Achso. Du Scheiße. Okay, nee, ich glaub das wär jetzt... Das wär jetzt nicht so, wenn ich das nicht schreibe. Ach, da mit O hab ich wirklich keine Ahnung, ne? Ey, Tier mit... Mit O. Gibt's auch ganz viele. Nee, fällt spontan grad... Ah ja, stimmt ja. Welche gab's noch an... Oh, aus Minecraft und so darf man doch auch nehmen, ne? Wenn das nicht hier ist. Ein richtiges Tier. Gibt's auch mit O. Ähm... Gibt's auch mit O. Jern. Kiitos. T improve ever. T Ir... Tenden... Tenden. Tenden. Dien... Tenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, wie geil. Eigentlich sollte bei O'Reilly noch ein Oberstrich hinkommen. Aber... O'Reilly noch mal. Aber... O'Reilly noch mal. 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 deutschland musst du wissen ola hat er bei film serien hat keiner ich will mal wirklich ein film mit wo gibt es überhaupt was ich suche da mal nach film mit o horten muss fantasy was sind das wie filme davon kenne ich keinen ohne limit ohne limit ja gut ergebnis bestätigen die letzte runde alter ja kaum gute buchstaben b ein name mit b ja natürlich land mit b in den ab mit b wird nicht sein Nein. Nein. Ein Land mit B, alter Scheiß, was geht's denn da? Ah ja, mein nächstes, äh, Ferienzieher. Ich weiß nicht, ob das genannt ist. Jetzt kommt's. Ah. Wow. So, fertig. Äh, wie ein Black Ops 1-Bieb. bauer und ich habe ich aber brauer geschrieben banane bieren benjamin b er steckte darunter ist während das rot herr belgien ja ich weiß jetzt nicht ob das ein land ist das ist es ist ein überseegebiet in sagt also ist halt ein seegebiet ob es die land ist keine ahnung das war einfach mal so stehen an nahmen mit nahmen mit dem Ronen gibt sie auch noch oder Bernd ergebnis bestätigen ich muss ganz kurz nachdem er hat man er hat gewonnen das ist die große Frage Robben ja 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 ist aber knapp gewesen eigentlich so relativ 200 punkte aber ich geh jetzt schlafen mal und auch warte so ich sag dann tschüss schauendrader wir sind euer Biddy Blaine bis zur nächsten folge von keine ahnung letzten was auch immer user disconnected from your channel